Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Scavenger. Wir sehen uns gleich in der Expedition. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, und da sind wir auch schon. Ja! So, Knarre. Da drinnen. Da auch. Zack. Haben wir erstmal wieder einen Bogen. Campen wir ja auch nicht anders. Hier aber von dem Dome-Typen. Survivor. Erstmal besser als gar nichts. Hä? So. So, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen dortvon. Erstmal Grundausrüstung zusammen sammeln hier. So, können wir schon was herstellen? Ja, aber unwichtige Sachen. Bin auch gerade dabei, Forschungsebene 2 zu forschen. Das ermöglicht uns dann bessere Ausrüstung. So, wie viele Leute? Zwei andere Teams. Ich sollte vielleicht nicht immer mitten in der Nacht aufnehmen. Völ vor sieben in der Früh. Er ist schon da. Was ist mit dem? Der ist noch am Fahren, wa? So, dann gehe ich doch mal zu ihm. Haben die anderen schon Daten? Dann, ja. Zehn Stück. Und null. Hier war er bestimmt schon drin, oder? Nee. Ein bisschen Schrott. Was macht er denn da? Da wollte er von hinten angreifen, hast du gesehen? Aber ich erfolgreich beschützt. Yeah, baby. Ich komme. Warte auf mich. Brauchen wir auch ein bisschen Munition. Tut mir leid. So, ich komme jetzt rein. Durchsucht da gar nicht die Schränke? Also da kein Bock drauf, oder? Oh, ich bin schon voll. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Das ist neu, ne? So. Zack. Vorsichtig, da hat eine Granate hingeworfen. Oh, beide weg. Hätte ich nicht geschafft. Ich kann sie ehrlich sagen. Finish. Dann kann ich das ja jetzt einsammeln. Nee, kann ich doch nicht. Erfolge Schufe für. What? Kann ich das jetzt einsammeln? Yeah. Schnauze. 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 Oh, da kommt ein Sturm. Ich bin außen. Alles gut. Da ist er. Da ist er. Keine Ahnung, ich bin da. Keine Ahnung, ich bin da. Wir sind auf dem zweiten. Oben rechts sieht man das. Wie top. Ich brauche unbedingt was zu essen. Übrigens. Bisschen wärmer, aber auch. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Wo geht es denn hier was zu essen? Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Ist ja kein Essen. Na gut, dann gehen wir. Ich meine, der dauert ja so dahin. Okay, dann gehe ich auch da hin. Gut, ich komme auch. Aber wenn ich ein Tier sehe, dann lege ich es. Wenn es nicht wieder ein Kaninchen ist. Ich habe versucht, das Kaninchen letzte Woche zu beschützen, aber... Hab ich einfach nicht hingekriegt. Dieses arme, arme, hoppelige Ding. Guck mal, da kommen mir direkt die Tränen schon wieder. Sturmkatastrophe 2. Ja, da kommt was dickes. Den kleinen werden wir jetzt noch ausweichen können, aber den großen... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, der Große wird mich ficken. Ich glaube, der Große wird mich ficken. Ist das hier am Versteck? Nee, ne? Nee, ne? Ich muss hier irgendwo unter. Scheiße. Das ist auch ein Versteck hier. Ja, wir schießen da. Sprech dich überfordert schon wieder mit dem Game. So, erstmal anzünden hier. Hörst du mal auf, auf mich zu schießen? Wo bist du? Alter, dieses Ding da hinten, ne? Ho, ho, ho. Ich brauche eigentlich... Oh, das auch, aber... Eigentlich... Brauche ich was zum Fördern. Oh, was steht da? Ist hier nicht irgendwie was zu essen drin? Moin! Guck mal, hier ist ne Küche. Wird ja wohl was zu essen sein. Nix. Nix. Oh! Neues Snaver. Aber... Essen wäre trotzdem schön. Okay, jetzt im Sturm kann ich eh nicht raus. Das ist belastend. Hier gibt es nicht mal was zu essen. Kein Essen in der Nähe. Kein Essen. Nicht mal ein Hund oder so. Ja, aber man muss es doch so ein Hund geben. Oder ein Reh. Ein Bär. Da. Da. Das ist eine Rüstung. Wir flüssen einfach weiter, ne? Ja, ja, ja. Aber wir sind Team 1. Platz 1. Oh, guck mal, die haben ja gar nichts an Punkten. Okay, die machen gerade Punkte. Das ist ja immer schön, dass ich meine Gesichter wieder fühle. Da. Let's go. Gut. Finis. Ist da jemand? Ein Feind? Valore ist down. Auf den schießen die? Das ist es für sie. Die haben ja irgendwie... So. Mit wen haben die geschossen? Ja, kannst du mal sehen, dass ich... Gut, dass ich da war. Da. Ganzes Team. Down. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ja, doch. Ich habe ihn einmal geschossen. Also, 55 Schaden habe ich gemacht. Weil ich kann. Das ist ein... Bopopopo. Bopopo. 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 Keine Ausdauer mehr. Wachs ausruhen. K precedent hum. Hund was? let blue für die Punkte? blue take them wenn wir sterben die kriegen gar nicht mehr, dass ich hier auf ihn schieße warum mache ich das Lager jetzt hier? ich weiß es nicht, für Essen oder so ja, für den Hund Schufe 4 jetzt kann ich hier so ein Revolver herstellen, aber will ich das? anstelle des Bogens, ich mach das einfach mal da kommt ein kleiner Sturm auf euch zu so, jetzt habe ich hier so eine Lederne Revolver Knarre pam, 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 pam schön in den Arsch hmm, Essen jetzt gibt es da doch noch was zu essen oh oh come on come on we're some shelter schneller ich muss da schnell rein zack kann ich hier durch? kann ich hier nirgwo rein Habe ich getroffen mit meinen? ich weiß gar nicht, bringt das überhaupt was? die Betäubung auf ihn verschießt auf mich pauch pam, 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 ja... Jawollu! Ih! Ih, bäh, äh! Es wird nicht immer markiert. Krieg gar nichts mit. Ich weiß nicht, was ich von mir wollen. Was mach ich da? Achso, meine Betäubung war das nur. Also hier auf dem Klo? Next. Ba, 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 ba. Oh, Level 5. Aber ich hab keinen Schrott. Ich hab keinen Schrott, um mehr Rüstung zu holen. Und ich hab Hunger. Immer was voran, ja. Oh, shit. Oh, shit. Uh, danke. Wolltest du das Fleisch? Ich kann es dir geben. Warte mal. Hier. Warst du Fleisch? Na, brauchst du nicht. Oder hat er es nicht gesehen? Was ich ein Fleisch hingeworfen habe. Das kann natürlich auch sein. Ich hätte es ja jetzt markieren können. Da. Die Betäubung wirkt doch bei ihm anscheinend. Guck mal, das ist selbst der Hund greift an. Aber. Der liegt doch noch in der Angranate. Hier oben. Warte mal. Warte mal. Rüstung. Eine Rüstung geht nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal nachladen. Hier mal eben. Alter. Wir haben gute Punkte, ne? Wiii. Ich muss echt mal tagsüber aufnehmen. Weil gegen 15 Leute macht das natürlich noch viel mehr Spaß. Also wenn ich 15 Leute, 15 Teams. Oh. Wo denn? Erstmal wärmen. So, wo wollen die hin? Da oben hin. Munition holen. Oh man, jetzt habe ich alles versehen. Betäubung geworfen. Da oben war einer. Ich glaube ein anderer Spieler, ne? Ich glaube ein anderer Spieler, ne? Ja, das ist ein anderer Spieler. Ja. Jawoll. Ja. Ja. Da oben steht auch noch einer. Jawoll. Hab ich ihn, hab ich ihn gemacht? Ich glaube ich verlass. Ich bin der Tod aus der Ferne. Ich bin der Tod aus der Ferne. Der Tod aus der Ferne. Outlander down. Outlander down. Ja, die sind ja sowieso jetzt alle tot. Wir sind ja jetzt die einzigen, die leben. Oh man, da kommt nur wieder ein Sturm. Hilfe. 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 Oh nein. Oh nein. Wohin. Ich brauche auch mal ein paar Daten hier. Kann ja nicht immer das ganze Team alles machen lassen. Oh yeah, nur gelb. Äh, grün meine ich. Brauch ja. Schrott. Aber jetzt Schrott, glaube ich, ist sowieso egal. Ob ich jetzt Schild hab oder nicht. Das glaube ich, das juckt hier gar keinen mehr. Uiuiui. So, dann heißt es jetzt nur noch. Warten. Bis wir abhauen können. Wuhuuui. Watsch. Oh, der da oben. Und ich so. Bing. Da war er weg. Und da war er weg. Da war er weg. Vier Schrott fehlt mir nur. So, jetzt können wir da und da noch hingehen. Dann für Daten halt. Oh, 45 Daten hab ich noch. Leck mich doch am Arsch. Wie schlecht bin ich eigentlich? Aber ich bin ja auch der DD aus der Ferne. Es geht ja nicht darum, dass ich die Daten einsammeln muss. Hey. Eine Data? Eine Data? Nein, nicht heilen. Essen wollte ich. Ich glaube, ich hab sogar schon einen, ne? Ist das ein Autoschlupf? Ja. Das sind Stufe 4 Sturm. Hey. Haube. Hey. Ey, warum getreff ich dich nicht? Verarschen? Winterwoll. Ihm ist kalt. So, ab zum Boss. Noch ein paar Daten holen. Ich komme, Leute. Ich komme. Aber es müssen echt viel mehr Teams sein. Aber vielleicht spielen da doch nicht so viele. Ich meine, es ist Samstag. Ich meine, es ist Samstag. Es ist natürlich Dienstag. Aber es ist morgens um sieben. Ich komme. Bleh. Bleh. Bringt das was? Wollen wir das, dass das was bringen? Oder kommen wir dann auch so ein Digger? Ah, keine Muni mehr. Ja, so geht es natürlich auch, wenn man keine Muni mehr hat, ne? So, jetzt habe ich auch mal ein paar Daten gesammelt. Ich weiß gar nicht. Kann ich das einsammeln? Ja. Das ist grün, das ist Schmutz. Das ist auch grün, das ist auch Schmutz. Aber warum haben wir hier keine Muni? Guck mal hier, die ganze Muni. Kann ich nicht auch brauchen. Ich meine, wir haben ja noch fünf Minuten, ne? Fünf Minuten haben wir ja noch. Können wir ja noch ruhig. Dankeschön. Wie er auf mich aufgepasst hat, ne? Heftiger Magger. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich schon gefragt, warum das so rumgepiept hat. Bist du neu in dem Gang? Was ist das hier? Level 8. Oh. Level 8. Hui. Jups. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Hui. Also, da habe ich ja was getan, ne? Ich komme. Ich muss auf jeden Fall was essen. So. Jetzt schon mal das hier aktivieren. Uuuuh. Heute und Level 1. Was? Ich habe nur zwei Schuss, ne? Zwei Schuss. Moin. Was soll das denn? Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, nächste Woche, Dienstag ist es dann wieder soweit. Hoffentlich mit ein paar Teams mehr. Und ja, lasst ein Abo da an der Stelle. Ich würde mich freuen. Haus rein. Bis dann. Schuss. Bis zum nächsten Mal.